Hallo, ich bin Madame Wormuth. In diesem Video geht es um die Wörter mit kurzen Stammvokalen. Hier lernst du, wie du solche Wörter erkennst und wie du sie richtig schreibst. Voraussetzungen Du solltest schon einige grundsätzliche Kenntnisse über Wörter haben und auf jeden Fall wissen, was Vokale und Konsonanten sind. Abgesehen davon ist dies aber ein Video, in dem du Grundlagen lernst. Vokale sind Selbstlaute Konsonanten sind mit Laute, zum Beispiel Vokale können kurz oder lang ausgesprochen werden. In diesem Video behandeln wir die kurzen Vokale, wohingegen die langen Vokale in einem Extra-Video drankommen. Neben den reinen Vokalen gibt es auch Umlaute, das heißt Verbindung von den Vokalen A, O oder U mit E. Das schreiben wir dann mit zwei Pünktchen darüber und sprechen es Ä, Ö und Ü aus. Damit du schon mal einen Eindruck hast, wovon ich hier rede, siehst du hier als erstes einige Wörter mit kurzem Stammbokal. Den kompletten Film und viele weitere findest du auf www.sofatutor.com Über 7000 Lernvideos erklären dir, was du für gute Noten wissen musst. Tests überprüfen dein Wissen nach jedem Video. Echte Lehrer helfen dir im täglichen Live-Chat sofort bei deinen Problemen. Du kannst außerdem Privatstunden bei deinem persönlichen Online-Tutor buchen, um tiefer in ein Thema einzutauchen. So helfen wir dir, deine Zensuren ohne großen Aufwand zu verbessern. Probiere es am besten sofort aus auf www.sofatutor.com